Kennt ihr schon die Bewegungshaltestellen? Dabei handelt es sich um Kindertouren in eurer Umgebung. An verschiedenen Stationen vor Ort findet ihr Bewegungsaufgaben zum Mitmachen. Schaut dazu auf kindertouren.de, ob ein Verein in eurer Umgebung mit dabei ist. Die Stellen der Bewegungshaltestellen erkennt ihr vor Ort an diesen Schildern. Und jetzt zeige ich euch, wie ihr fit bleibt, indem ihr mitmacht. Ihr braucht dazu ein Handy, um den QR-Code hier oben zu scannen. Einfach den QR-Code scannen und die Übungen abrufen und ausprobieren. Super! Es gibt bis zu 10 dieser Bewegungshaltestellen. Schafft ihr die Aufgaben auch alle? Such die nächste Bewegungshaltestelle und bleibt in Bewegung.